Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video geht es darum, wie ich es geschafft habe, die Zukunft vorherzusagen. Und vor allem geht es darum, wie du es lernst und wie du es schaffst, die Zukunft vorherzusehen. Viel Spaß mit diesem Video. Da sind wir wieder und in diesem Video geht es darum, wie du es lernst, die Zukunft vorherzusehen und wie es mir bereits gelungen ist. Die allermeisten Menschen, fangen wir so an, leben ihr Leben passiv. Sie leben ihr Leben reaktiv. Das heißt, was da in der Praxis passiert ist, sie hoffen, dass ihnen gute Sachen widerfahren. Das spiegelt sich dann wiederum auch in ihrem Wording wieder. Solche Menschen sagen, ja dann hoffen wir mal, dass wir Glück haben. Ja, hoffentlich wird das bald besser und so weiter und so fort. So, und diese reaktive Haltung aufs Leben führt dazu, dass man nicht aktiv sein Leben gestaltet, es in die Hand nimmt und so ausrichten kann, wie man es ausrichten möchte, sondern es führt dazu, dass am Ende des Tages dir das Leben widerfährt. Gut oder schlecht, wie das Leben es gerade möchte. Es gab die Situation 2015, als ich noch extrem übergewichtig war, als ich angefangen habe mit Fitness. Und ich hatte damals einen Kollegen im Freundeskreis, der war extrem durchtrainiert. Also der hatte ein unglaubliches Sixpack, war extrem muskulös, hat auch gemodelt und sowas. So, und wir haben dann, er war schon natürlich ein paar Jahre im Training, als ich gerade angefangen habe, aber ich habe dann angefangen und ich habe richtig angefangen. Ich habe alles getan, was notwendig war, um die maximalen Erfolge aus meinem Körper zu holen. Ich habe mir auch alles angelesen darüber, was notwendig ist an Know-how, um genau das erreichen zu können. Und mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass derjenige, der bereits so einen heftigen Körper hat, nicht mehr wirklich alles gegeben hat. Die Amis sagen oft, there is a difference between would and could. Denn theoretisch könnten alle Menschen alles erreichen. Praktisch jedoch werden es die aller, aller, allerwenigsten tun. Warum aber, wenn jeder das Potenzial hat? Den Grund dafür habe ich bereits eben genannt. Die meisten Menschen leben ihr Leben reaktiv. Doch was ist jetzt passiert? Dieser Kumpel kam mich einmal besuchen. Und wir haben uns dann über Fitness unterhalten. Und ich habe dann so gesagt, und, bei wie viel Eiweiß bist du heute? Er so, oh du, irgendwie bei 50 Gramm oder so. Aktuell ist nicht so viel. Und wir hatten schon abends. So, das war für mich natürlich ein Indikator dafür. Oh, der Junge hat definitiv nicht genügend Eiweiß gegessen, weil eine Faustformel im Fitness sagt, man muss roundabout 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu sich nehmen, um einen idealen Muskelwachstum und einen Muskelerhalt zu gewährleisten. Und, naja, also habe ich gesehen, warte mal. Der Junge sieht zwar so aus, wie er aussieht, aber er gibt nicht mehr alles. Ich hingegen schon. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, als ich das länger Zeit beobachtet habe, ich habe gesagt, nennen wir ihn mal Peter. Ich habe gesagt, Peter, ganz ehrlich, ich wiege über 100 Kilo und du hast einen unglaublichen Körper und Models damit. Aber aktuell gehen unsere Kurven so. Meine geht ganz langsam, aber durchgehend nach oben. Und deine ist, wenn überhaupt, aufhalten, wenn sie nicht sogar nach unten geht. Und das heißt, auf einer langfristigen Achse, dass ich dich in zwei Jahren überholt habe körperlich. Oder zumindest auf selbem Niveau bin und genauso kam es. Zwei Jahre später hatte ich einen, ja, quasi jeder Körper ist individuell, das ist klar, aber einen genauso trainierten Körper wie er. Zu einem Zeitpunkt, als ich so einen Bauch hatte und jeder mir gesagt hat, es sei unrealistisch. Habe ich da in die Zukunft gesehen? Jein. Denn ich habe etwas bereits gesehen hier oben drin, was sich dann nach und nach tatsächlich materialisierte. Ich habe es hier oben gesehen, bevor ich es hier im Außen erreicht habe. So gesehen habe ich natürlich in die Zukunft gesehen. Und genau das ist natürlich eine Eigenschaft, die sehr viele Menschen generell auszeichnet, die erfolgreich sind. Zum Beispiel im Unternehmertum. Solche Menschen wirst du immer sagen hören, und nächstes Jahr werde ich meine Unternehmenszahlen verdoppeln. Vielleicht. Und interessanterweise haben diese Menschen oftmals auch immer Erfolg. Das ist verrückt. Während wer anders da sitzt und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, damit ich mehr Gewinn mache. Sagen die aus einer festen Überzeugung heraus, nächstes Jahr werden wir unsere Gewinne verdoppeln. Zum Beispiel. Das heißt, die sehen etwas in ihrem geistigen Auge, was noch nicht real existiert. Es hat sich noch nicht materialisiert, aber sie sind es bereits. Du musst sein, was du werden möchtest. Das klingt paradox, aber genauso funktioniert es. Wenn du kognitiv, mental, emotional, in jeder deiner Zellen bereits der bist oder das bist, was du werden möchtest, dann wird alles passieren, damit du das auch erreichst. Es gibt verschiedenste Erklärungen dafür. Um einfach mal ein paar anzureißen. Das retikuläre Aktivierungssystem, besser bekannt als die selektive Wahrnehmung. In dem Moment, wo du in jeder Pore dein Ziel lebst und es bereits bist, werden dir im Außen laut der selektiven Wahrnehmung mehr Sachen auffallen, die deinem Ziel zuträglich sind. Du wirst das kennen. Wenn du vielleicht schwanger bist, siehst du auf einmal überall Angebote für Babykleidung oder sowas. Die waren auch vorher genauso viel und genauso oft da. Du hast sie nur nicht wahrgenommen. Wenn du dir ein gelbes Auto kaufen willst, siehst du überall nur noch gelbe Autos. Es sind nicht mehr gelbe Autos auf deutschen Straßen angemeldet, weil du dir jetzt ein gelbes Auto kaufen möchtest natürlich. Aber du wirst mehr von diesen gelben Autos wahrnehmen. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Ziel bereits bist, lebst, es wirklich verinnerlicht hast, wirst du es zwangsläufig erreichen. Zum einen eben aus diesem eben gesagten Grund, weil deine selektive Wahrnehmung sich verändert. Zum einen aber auch aus dem Gesetz der Anziehung und aus der Einstellung, die du hast und die Folgen daraus. Denn wenn du dein Ziel hier oben bereits erreicht hast und es kommt zum Beispiel, es passiert ein Fehler oder du machst etwas falsch oder sonst was. Was passiert? Gar nichts passiert. Du machst weiter. Denn du machst so lange weiter, bis du das erreicht hast im Außen, was du hier bereits siehst. Wenn du dir aber unsicher bist, ob du das erreichen kannst, dann macht sich diese Unsicherheit wiederum in deiner Verbalisierung bemerkbar. Du sagst nicht, nächstes Jahr habe ich meine Ziele verdoppelt, sondern nächstes Jahr möchte ich auch abnehmen. Möchte ich auch abnehmen? Was ist das? Wer entscheidet denn, ob du das tust oder nicht? Du! Also sag doch, ab 1. Januar werde ich abnehmen. Was jetzt passiert in der kompletten Trainerbranche ist, dass einfach auf meiner Meinung nach zu oberflächlichen Ebene angesetzt wird. Und zwar wird einfach gesagt, die erfolgreichen Menschen, die erfolgreichsten Menschen in jeder Branche, egal ob Gesundheit, Business oder sonst was, die reden mit einer gewissen Überzeugung dahinter und nicht so, als wenn es passieren könnte, sondern als wenn es schon passiert wäre. Und dann wird gesagt, formuliere deine Ziele in Präsenz und so weiter. Aber vielleicht wirst du auch schon festgestellt haben, dass wenn du jetzt einfach deine Ziele in Präsenz formulierst, wie ich bin bereits dünn oder ich fühle mich so gut, weil ich 20 Kilo weniger wiege und so weiter. Nur weil du das Wording der Erfolgreichen modellierst, heißt das nicht, dass du auch die Energie dahinter modellierst. Also auch an viele Trainer da draußen. Es ist natürlich, kann man einzelne Bestandteile modellieren, um so seinem Ziel näher zu kommen. Aber wenn du es wirklich erreichen willst, musst du es in jeder Pore sein, bevor du es wirst. Und dann fügt sich Gott das Universum, das Schicksal oder wie man das auch immer nennen möchte und du wirst deine Ziele erreichen. Das ist der Grund, warum manche Menschen mit so einer unglaublichen Überzeugung Sachen sagen, die dann auch eintreffen. Die sagen, ich werde jetzt 20 Kilo abnehmen. Die sagen, wie es bei mir der Fall war, Peter, wenn du so weitermachst, dann habe ich dich in zwei Jahren. Wie irgendwelche Businessleute, die sagen, unsere Unternehmensgruppe werden die Umsätze nächstes Jahr verdreifachen. All das setzt da an. Es setzt da an, dass diese Menschen Dinge bereits sind, bevor sie wirklich real da sind. Und damit sehen die Visionär vor ihrem geistigen Auge Dinge aus der Zukunft, die noch nicht real existierend sind, aber in sehr, sehr vielen Fällen, nicht in allen, wahrscheinlich real existierend werden, weil sie es glauben und weil sie die richtige Einstellung hatten. Das war es mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben. Da berichte mir unbedingt von deinen Erfahrungen damit in den Kommentaren. War es bei dir schon mal ähnlich? Kennst du welche, bei denen das genauso ist? Schreib mir unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich stelle dir liebe Grüße und sage bis zum nächsten Video. Adios.